hallo und ein petri heil von maximus erstmal herzlich willkommen auf mein kanal hier bin ich wieder und wir spielen natürlich fishing barrensea und unser schiff ja eine leine reingeholt und wir müssen schon wieder ein bisschen sprit holen und ja eine leine reingeholt eine andere wieder rausgefahren das bedeutet ja ja ich muss mal schauen ob das hier mehr wird sieben stunden liegt es erst draußen ah gucke mal an umso länger es draußen liegt die könnte ich schon grün das ist noch blau und das ist rot umso länger wir die leine draußen haben umso länger haben wir wahrscheinlich auch das glück dass es hier voll ist hier ist gerade nach einer stunde draußen long line leine 2 leine 3 leine dings und das ist hier die leine 5 und ja die könnten wir eventuell schon aus oder reinholen aber bei der hier die ich jetzt gerade hier drin habe ja da habe ich wirklich schon meine kisten voll also wir müssen auf jeden fall unser schiff ein bisschen aufbauen dass wir ja nicht immer wieder nach hause fahren müssen aber apropos nach hause fahren wir fahren jetzt mal ganz schnell hier rein wir werden uns auf jeden fall erstmal leinen eine längere leine besorgen du 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 jo wo sind wir wo ist unser liegeplatz ach da hinten so was wir noch uns überlegen müssen ist leinen info ach guck an jetzt verstehe ich das aha und nicht vergessen ihr seht's abonnieren nicht vergessen wir haben die zwei die drei die vier und die fünfer leine und hier sieht man wie lang hier haben wir grill dran hier haben wir makreli an hier haben was schrimmst dran okay wir haben schönes wetter die nächsten tage leichter regen so ein bisschen schnee ist angesagt okay denke mal so ganz okay aber was ich noch wissen wollte ist die quote ach guck mal hier 50.000 makrele haben wir auf jeden fall noch keine quote weil uns wahrscheinlich die netze fehlen und wir sehen hier ach so guck mal an da gibt es hier erfahrungspunkte 10 prozent wie oft ich hier 10 prozent 30 prozent 50 prozent für dieses äh draufkloppen wahrscheinlich ne und hier sind meine leute wenn ich sie einstellen würde also ich werde erstmal keine leute einstellen wenn ich denn so 50.000 habe dann äh schauen wir mal und ich will auch erstmal keinen kredit aufnehmen ne vielleicht machen wir das noch wenn es jetzt zu viel hin und her ist aber erst werden wir das machen ja 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 jetzt haben wir 22.000 mit einer fracht 22.000 ne das läuft doch so alles klar alles klar ja komm es da wir nehmen wir haben noch eine leine hier wir nehmen noch eine lange so jetzt haben wir so und so viel geld ach so ich durfte ja nicht vergessen wir brauchen ja noch tanken äh ja reparieren ne das brauchen wir jetzt noch nicht 20.000 als nächstes werden wir uns die kiste ein bisschen upgraden genau also das schiff muss komplett oh warte mal guck mal hier umso besser wir werden ich bin jetzt noch ein amateurfischer dann gibt es wahrscheinlich auch andere jobs wir gucken jetzt erstmal nochmal auf die karte und dann schauen wir mal rauf also das ist noch rot das ist auch noch rot ah jetzt merke ich also wir werden immer immer besser mit unserem boot fahren und jetzt fahren wir langsam bei der dunkelheit raus mit unserem kleinen niedlichen boot haha ok ok hier haben wir eine leine wir könnten jetzt warte mal hier ist noch ein gebiet wir könnten hier vorne noch eine hinschmeißende leine hier genau da machen wir es erstmal so erstmal hier hin zack langsam geht die sonne unter hier oh das sieht ja guck doch an das sieht doch hübsch aus oh ja gut wir fahren mal machen unser radar an ich werde hier aber nicht die lange leine hinschmeißen was ist dieser fisch hier warte mal warte mal warte mal motor ausstellen aber gut wir können äh wir müssen nämlich nach was gucken der rote und die hier äh warte mal warte mal store und zwar die quote ok da müssen wir eine ganze menge fischen also auf dem müssen wir eine ganze menge fischen was ist denn jetzt los warum fährt denn der nicht der hat so seine probleme hier endlich komm ok also die müssen wir hier logbuch ist glaube der hier na läuft doch wie ein länderspiel jetzt fangen wir mal hier hin und da werden wir jetzt auch gleich nochmal da ist auch wieder der fisch hier da können wir mal eine lange rausschmeißen 50 meter leine hohoho juhu auch das geschafft ich würde es ja nicht überfischen das ist das große problem wenn man hier so lang geht wir könnten jetzt so schnell hier lang schnell reise ah hier gibt es aber reichlich von denen keine ahnung welcher fisch für was gut ist ok ach so jetzt weiß ich warum da die lampe an ist weil man da den fisch dann rausholt kann das sein hier raus ja dass man das hier so sieht ach deswegen ist die lampe ich dachte die hat noch einen anderen zweck ich brauche auf jeden Fall 20.000 die mastlampe kann ich ausmachen und dann schippern wir hier schön durch die nacht da hinten sieht man die city wo sehe ich denn eigentlich den zustand des bootes wir gucken mal ah hier hier ist weiter nichts das brauchen wir nicht 3300 noch was ach dieses cutting hm wir schauen mal lieber auf äh auf das radar und gucken mal wo jetzt 21 Stunden wieso ist das noch blau ein Tag 50 Stunden kann das denn auch verderben irgendwie so dass das hier vielleicht zu lange ist aber ist ja im blauen Bereich also die sind noch nicht so weit jetzt ein bisschen überlegen wir können ja nochmal auf die karte gucken und sagen diese hier könnten wir jetzt abnehmen ne wir könnten aber auch das hier unten abnehmen 15 Stunden ne das warten wir nochmal oh in der Nacht aber müssen wir mal die Leuchte jetzt wieder anmachen wo sind die denn ich sehe nichts gucken wir mal aha da sind sie doch ein Tag jetzt wird es langsam orange orange ist orange gut oder nicht gut so hier jetzt die Frage ne ja soll ich jetzt auffassen so gut naja trotzdem gekriegt der ist sehr gut zu mir aber ist nur so eine kleine Leine ne sieben Haken waren dran ne das ist nicht so toll wenn ich jetzt jemand einstelle macht der das denn alles und den letzten das ist auch eine Schweinearbeit so machen wir nochmal hier Start Cutting Fisch hier das war doch gut oder ey guck dir an Mensch ja ja mir wirkt ja man muss wirklich schnell und zügig durchgehen okay wir haben jetzt naja so doll war es nicht aber wir könnten Radar machen sag mal wo sind denn eigentlich meine meine Haken hin wie habt ihr jetzt ihr habt ihr doch Haken mit ne oder geht das nicht dass ich jetzt Haken und finde ich jetzt wirklich komisch ich dachte ich kann jetzt mit meinem äh Ding da gleich da hinfahren und so wir machen mal hier und Speedtest äh Speedtest genau ja wird ja früh morgens wieder oh steuerbord ist das glaube ich jetzt mache ne nach steuerbord fahren backbord auf der anderen seite ich verwechsel das sowieso naja egal da vorne sind sie und dann bin ich echt gespannt wie viel Geld wir denn machen und wo vor allem die anderen Kisten denn sein sollen äh hier noch irgendwo stehen oder weil so viel Platz ist ja nicht ne oder haben wir hier oben denn noch irgendwie müssen auf jeden Fall ein bisschen beobachten wie wir denn unser Schiff immer bauen ne oh Diesel haben wir noch ein bisschen drinnen Schiffsdiesel ein bisschen langsamer werden ok 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 yes naja so wir wollen mal ein bisschen machen hier perfekt bei so einem schönen Ambiente mit dieser herrlich schmusigen Musik äh nicht mehr so ok aber wie sie da diese Geräusche ne von diesem Fisch also nur 50% ist das Beste hier äh wenn es gut ist ja und wir jetzt den letzten Fisch wir dürfen nichts fahren ja 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 ok start the game oh aber trotzdem geht noch verdammt ey guck doch an undercut blablabla bringt es denn auf jeden Fall mehr Kilo wenn du wenn du es selbst hier machst so wir sind ja fast ich kann immer noch nicht irgendwie was rausschmeißen ist ja ein bisschen schade ne komm fahr mal schnell hier hin und dann ab zum Hafen und dann sind wir erstmal fertig hier haben wir auch ein bisschen Fisch da 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 oh ich habe halt die Vermutung dass man nicht mehr als nur drei vier guck mal hier wird es orange dann wird es dann sind die wahrscheinlich zu lang draußen das wäre auf jeden Fall cool wenn es hier auch noch farblich angezeichnet wird hier aha hier ist rot hier ist da jangst 19 Stunden ach da sind sie doch hier vorne sind sie Schuhprakete ich weiß gar nicht ob hier noch irgendwie sowas kommt wie schlechtes Wetter aber so auf den Screenshots oder so was sie so gezeigt haben sollte sowas sein wir sind ja echt noch ein bisschen behütet weil wir dürfen ja mit dem Schiff nicht so weit rausfahren so wir haben 2000 Kilo hier drin wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ich glaube mehr als vier so eine Schlepp Sachen geht gar nicht hier warte mal wir haben hier oben ein bisschen Licht hier noch ein hier hinten die Scheinwerfer auch noch brauchen wir ja nicht gut alles klar komm jetzt zeig mal was du kannst 10 gut 3% haha so komm ich weiß gar nicht gibt es da jetzt mehr Goodies irgendwie 11% Perfekt es wäre mal interessant zu wissen was es da ähm die Fische dadurch irgendwie schonender gefangen wurden weil sie haben auch ein gutes Leben verdient die Fischchen 24% 24% 29% aha aber warte mal kann das sein dass ich das immer hoch skariert 37 34% hatten wir 34% 37% jetzt 42% aha so wir sind voll wir müssen zu Hause habe ich unten reingekommen war das ist nicht so schlimm naja gut alles klar Attacke Amerika jetzt achso gut ach hier die 3 geht nicht so rausgehen oh ist das schön bei diesem herrlichen Sonnenuntergang oh wir merken Licht an ja auch wenn wir jetzt hier so eine Seitenbeleuchtung haben es sieht schnorkeln gut aus aber was mir noch fehlt ist hier ein bisschen KI verkehr das wäre noch ein bisschen lustig jetzt bin ich mal echt gespannt wie viel Geld wir haben da müssen wir nämlich beim nächsten Mal das Schiff auf jeden Fall ein bisschen aufhusten weil die Kisten stapeln sich bis hier hoch aha na gut jetzt können wenigstens ähm die anderen Leinen sind ja draußen wir haben ja jetzt wie viele Leinen noch draußen eins zwei drei vier Leinen haben wir noch draußen drei haben wir eingezogen naja und in der Zeit werden sie ja eh befüllt aber ich hätte jetzt auch gerne die schon rausgeschmissen wieder ne aber irgendwie wollte das nicht oder dürfen vielleicht auch nicht mehr als viere draußen sein kann natürlich auch sein das kann möglich sein so gleich kriegen wir das Symbol angezeigt dass wir genau yeah unser Nest wird auf jeden Fall kann ich hier irgendwie eine Prozentzahl sehen irgendwie Propelleration 1500 oh können wir uns beiden ein richtiges Schiff kaufen ne so warte mal jetzt müssen wir uns mal ein bisschen drum kümmern ja ja das Schiff das Eier hat hin und her ach sag mal haben wir das letzte Mal gar nicht gemacht ach wir hatten das letzte Mal gar keine Dings gemacht ey ne mehr geht nicht gut ach wir hatten die Leinen nicht bestückt gehabt oder wat sind wir denn so dämlich äh was kann ich eigentlich Paint machen ach so so 20 nein jetzt hab ich irgendwas gemacht äh jetzt hab ich keine 20.000 mehr ja ich bin ein richtiger Held wir werden beim nächsten Mal weitermachen ich mach erstmal einen Fisch ging ja richtig lange die Folge äh den nächsten werden wir noch nicht ganz so lange machen werden wir mal rausfahren holen wir müssen unbedingt hier was schaffen ne also mit den Sachen Worten haut rein bye bye